JFT, just fair and direct. 12.2023 am Abend aufnehme, weiß ich natürlich noch nicht, was in den letzten Tagen passiert ist, was natürlich dann auch mit der Zinsentscheidung irgendwo herausgekommen ist, was die Märkte daraus machten. Stehen wir immer noch so weit oben, stehen wir höher, stehen wir tiefer? Gerade was jetzt die Indizes betrifft, ich weiß es nicht. Wir werden allerdings jetzt mal so ein bisschen versuchen nach vorne zu schauen und vor allem eben auch für den heutigen Tag mal das nächste wichtige Ereignis ein wenig beleuchten, gerade was dann eben am Ende auch den US-Dollar betrifft. Der ist ja nämlich ein bisschen interessanter eben für den heutigen Tag. Da schauen wir jetzt gleich mal drauf. Bevor wir das tun, wie gewohnt natürlich der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls Vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen drauf auf den Adventskalender von JFT. Wer es immer noch nicht getan hat, wenn ich mir die große Frage stelle, warum nicht? Naja, wahrscheinlich, weil er es die letzten Tage vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat. Wir haben von JFT einen Adventskalender. 24 Türchen mit mehr als 24 Überraschungen, denn hinter den Türchen sind teilweise nicht nur eine Überraschung, sondern mehrere, inklusive einer Endverlosung aller Teilnehmer, die bei diesem Adventskalender mitgemacht haben. Unter anderem ein kompletter Zugang für meinen Kurs Level Up Your Trading im Wert von 1500 Euro und von daher macht da gerne mit, seid bei der Endverlosung mit dabei und vielleicht trifft es dich, dich oder dich und ihr dürft und wir dürfen uns auch kennenlernen und ihr dürft dort dann kostenfrei mit dabei sein. Da gibt es auch noch andere Endverlosungsgegenstände sozusagen. Also es lohnt sich definitiv an dieser Stelle. Wir gehen auf den Webinar und Eventkalender für den heutigen Tag drauf. Mittlerweile, wie gesagt, Donnerstag, 14.12.2023. Dax Long oder Short, Livestream gibt es nicht, gibt es nicht, sondern dieses Video jetzt hier. Dann wird eben der Forex Bull Morning Briefing sein, 7.10 Uhr, 9.30 Uhr, Christian Kemmerer mit dem Devisenradar, der Andreas Bernstein, dann um 10 Uhr mit dem Live Trading rum und die US Opening Bell entfällt. Die wird ab Montag dann auch draußen sein. Also jetzt, wenn er dann drauf schaut auf den Webinar und Eventkalender, wird diese nicht mit drin sein, aber wir können sie immer erst Montag rausnehmen, sonst fehlt sie am Freitag dann im Kalender. Für den heutigen Tag, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir wissen natürlich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was hier gestern Abend um 20 Uhr passiert ist, wo die Märkte dann eben auch Montag, Dienstag und Mittwoch am Ende jetzt hingelaufen sind. Von daher können wir natürlich uns den Chart wenig anschauen, das macht jetzt wenig Sinn, aber für den heutigen Tag, zum einen für die, die in den Schweizer Franken handeln, für die, die den britischen Fund handeln, für die, die den Euro handeln, den Dollar handeln, für all diejenigen ist es natürlich heute dann auch nochmal gigantisch interessant. Wir werden für den Schweizer Franken eine Notenbank-Sitzung haben, wir werden aus Großbritannien eine Notenbank-Sitzung bekommen, wir werden aus der EZB-Eurozone die Notenbank-Sitzung bekommen und ich will jetzt gar nicht auf den Schweizer Franken und aufs britische Fund zu nennenswert eingehen, sondern ganz kurz auf die EZB. Auch hier wird mittlerweile erwartet und ja, je nachdem, was gestern dann auch vom FOMC-Board dort kundgetan wurde, was die Dotplot sagten, was das Statement sagte, was die Pressekonferenz sagte, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wie aktuell zumindest die EZB tickt und was sie in den letzten Wochen so ein bisschen kundgetan hat. Es war eine Zeit lang erstmal so, dass wir eben merkten, okay, der Dollar im Dollarraum wird angenommen, dass die Zinsen dann eben doch ein bisschen merklicher zurückkommen im Jahr 2024, das führte dazu, dass der Dollar eine Zeit lang so ein bisschen schwächer hatte. Dann kam aber auch die EZB so ein bisschen vom Wording um die Ecke, auch Wirtschaftskennzahlen signalisierten das, allen voran ebenfalls die Verbraucherpreise, dass auch bei uns die Inflation zurückkommt. Und das ist dann das, was die EZB ebenfalls verfolgt und dann eben auch schon das Wording auch ebenfalls in die Richtung ging, dass zumindest im kommenden Jahr auch die Zinsen ein Stück weit zurückkommen können. Nun darf man nicht vergessen, dass wir hier im Euro-Raum ein bisschen tiefere Zinsen haben als im US-Raum. Und hier wird angenommen, dass im April ja bereits jetzt so die erste Zinssenkung kommen könnte. Das ist das, was aktuell so im Groben angenommen wird. Jetzt ist es allerdings so, dass man für die EZB gibt es zwar auch so vorher, also im Dollarraum haben wir ja diesen Fett-Countdown und wir haben die Anleiherenditen. Das kann man natürlich auch hier im Euro-Raum sich anschauen. Wir haben genauso die Anleihemärkte, die man sich anschauen kann, die dann eben nach oben oder nach unten gehen. Ja, das ist jetzt allerdings ein bisschen zu viel vielleicht. Fakt ist, dass ebenfalls von der EZB-Seite aus jetzt angenommen wird, dass die Zinsen ja so im April zurückkommen können. Und nun ist es natürlich wichtig, auch hier, was die EZB macht. Ich meine, wir werden die Zinsen jetzt auch höchstwahrscheinlich weder nach oben noch nach unten nehmen. Aber dass eben auch hier das Wording gerade dann im Statement bzw. dann eben auch in der Pressekonferenz, welche dann um 14.45 Uhr stattfinden wird heute am Tage, was Christine Lagarde dann da sagt. Wie sie sich positioniert, ob sie irgendwelche verändernden Gedanken irgendwo von sich gibt bezüglich dessen, auf was sie jetzt achten, vielleicht ein bisschen anders ticken als vorher, vielleicht wirklich klarere Töne ausspuckt bezüglich eventueller Zinssenkungen. Und das wird halt interessant werden für den heutigen Tag. Und vor allem, ob es hier Unterschiede gibt zu den Tönen, welche wir von gestern Abend seitens der Fett bekommen haben. Und es war in den letzten Monaten nicht selten so, dass wir, also meistens sind die Zinsentscheidungen zeitnah, also relativ nah beieinander, nicht zwingend immer am einen Tag die, am nächsten Tag die andere. Und da gibt es auch manchmal ein bisschen größere, also größer in dem Sinne, dass dann doch mal zwei, drei Tage dazwischen liegen können, vielleicht auch mal eine Woche, das kann sein. Aber meistens sind sie, da sie ja quasi nur alle zwei Monate kommen, trotz alledem relativ nah beieinander. Und es war in den letzten Monaten häufig so, dass eben seitens der Fett im Prinzip irgendwo ein relativ klarer Ton vorgegeben wurde und seitens der EZB eben genau ein gegenläufiger Ton signalisiert wurde. Und genau das macht es ja dann gegebenenfalls spannend für den Euro-US-Dollar. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Basis vielleicht auch der CPIs, die nach oben gekommen sind, statt nach unten, hatten wir ja gestern so ein bisschen mal ein Szenario aufgebaut, ich weiß es ja jetzt nicht. Aber stellen wir uns mal vor, die CPIs sind wirklich irgendwo weder, also nicht nach unten gekommen, sondern nach oben gegangen. Bedeutet natürlich für die Aktienmärkte erstmal was Negatives, bedeutet allerdings eben auch für die Zentralbank, oh, die kommen doch wieder nach oben, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, vielleicht müssen wir dann doch ein bisschen länger die Zinsen hochhalten, im Worst Case sie vielleicht dann eben nochmal anheben. Wissen wir jetzt nicht. Und wenn auch diesbezüglich die Töne von Jerome Powell und der Dotplotz ebenfalls in die Richtung gingen, dass sie doch noch nach wie vor sehr, sehr, sehr abwartend sind, dass sie gegebenenfalls parat stehen, sie länger hochzuhalten, vielleicht nochmal anzuheben. Das Anheben wird vielleicht gar nicht so das Thema sein, aber zumindest länger hochzuhalten, würde das sich, oder wird es sich wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen negativ an den Aktienmärkten ausgewirkt haben. Und dann eben entsprechend positiv für den Dollar, denn wenn das kommt, ist das eben erstmal ein positiver Aspekt. Und wenn dann genau andersherum im Euroraum vielleicht von Christine Lagarde dann wirklich nochmal gesagt wird, naja, wir wollen eben unsere Wirtschaft hier im Euroraum, die ja ein bisschen anders dasteht als im US-Raum, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die vielleicht dann doch nicht schädigen. Die Inflation kommt ja zurück und wir haben definitiv höchstwahrscheinlich noch Auswirkungen unserer Zinsanhebungsperiode in den nächsten Monaten auch trotz alledem zu erwarten. Und vielleicht denken wir dann doch mal darüber nach, eben die Wirtschaft nicht ganz so zu schädigen, sondern die Zinsen wirklich dann irgendwie so Anfang Q2 oder irgendwie was. Zumindest mal darüber nachzudenken, eine Option wäre es, ja, die drücken sich ja immer sehr, sehr vorsichtig aus, dass die mal nach unten kommen können. Und wenn wir dann eben gegengläufige Töne haben, wäre es natürlich interessant, entsprechend den Euro-S-Dollar vielleicht dann auch wieder auf der Long-Seite zu nehmen. Wenn jetzt aktuell die letzten Tage war es ja immer noch vorsichtig short, aber dann kann sich dieses Sentiment am Ende definitiv dann auch für den heutigen Tag wieder drehen. Das ist auch so das Wichtigste, was für den heutigen Tag dann noch wichtig war, dann schon, ja, oder ist ja die ganzen Zentralbankentscheidungen und vor allem eben auch so ein bisschen der Grundtenor aller Zentralbanken. Wenn alle gleich ticken am Ende, alle irgendwo, naja, wir werden nächstes Jahr senken, ist das natürlich auch unterm Strich dann eher dann, ja, senkend davisch für alle Währungen. Aber mehr kann ich jetzt am heutigen Tag nicht sagen, das ist das, worauf zu achten ist. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag, wunderbaren Donnerstag, vorletzter Handelstag, wo ich nicht da war, bin nächste Woche Montag, geht's wieder los, am Wochenende natürlich auch mit der Trading-Wochenanalyse. Und nächste Woche Montag bin ich dann auch früh wieder live um 7 Uhr für euch da, mit euch zusammen online, letzte Woche vor Weihnachten, letzte Woche, wo wir dann eben generell hier von JFD online sind. Ich freue mich drauf. Bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Tschüss. JFD, just fair and direct.